Ihre Nummer 1. Der Sieger der Internetabstimmung des SWR in Zusammenarbeit mit der Allgemeinen Zeitung Mainz heißt Thomas Neger. Herzlichen Glückwunsch an den Enkel des großen Ernst Neger. Im Schatten des Doms führt die große Tradition Mainzer Stimmungslieder fort. Halt den nahen Spiegel dir vors Gesicht. Bist du das Wirkliche? Ist das denn noch dein Ich und bemalt? Also ich war einmal im Fußballstadion in Mainz und da wurde das Lied gesungen. Und da hat wirklich noch gefehlt, dass die Leute die Feuerzeuge geholt haben. Wir alle erleben im Schatten des Doms und Gott Jokus singt mit uns ein Halleluja. Wir halten unsere Fahnen schwenkend hoch. Wir alle erleben im Schatten des Doms und Gott Jokus singt mit uns ein Halleluja. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das Enkelchen tritt in die Fußstapfen des erfolgreichen Opas. Wir alle erleben im Schatten des Doms und Gott Jokus singt mit uns ein Halleluja. Und Gott Jokus singt mit uns ein Halleluja. Wir halten unsere Fahnen schwenkend hoch in den Wind. Rockklänge, E-Gitarren, elektrischer Bass und Schlagzeug. Also die Zukunft ist doch gesichert. Ein Lichtblick in der Mainzer Fasennacht, wo mit Sicherheit noch viel, viel zu erwarten ist. Und Gott Jokus singt mit uns ein Halleluja.